Die Börse ist in Bewegung. Das Interesse an der NTV-Telebörse boomt. Seit 1996 sind die Zuschauerzahlen um 61,3% gewachsen. NTV, der Nachrichtensender. Die nachfolgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Teldafax, Ihre faire Telefongesellschaft. Tomorrow, das Magazin. Herzlich willkommen zur Wochenausgabe unseres Internet- und Telekommunikationsmagazins. Unser Schwerpunktthema heute, sicheres Bezahlen im Internet. Ob mit E-Cash, Cybercoins, Geldkarte oder per SET, viele Systeme werden erprobt, doch keines konnte sich bisher wirklich durchsetzen. Außerdem Internet aus dem Strafvollzug. Doch nun zu unserem ersten Thema. In unserer Porträt-Reihe erfolgsversprechender Multimedia-Agenturen stellen wir Ihnen heute das junge deutsch-amerikanische Unternehmen Blackson Interactive vor. Es ist auf die Entwicklung von 3D-Welten zu Marketing- und Verkaufszwecken spezialisiert. Wenn die griechischen Götter auf die Erde hinabsteigen wollten, schufen sie sich gerne menschliche Stellvertreter, Avatare genannt. Als des Menschen Stellvertreter in der virtuellen Welt des Internets will Blackson Interactive die Avatare etablieren. Basierend auf der Programmiersprache Virtual Reality Modeling Language erschaffen 30 Mitarbeiter in München komplexe dreidimensionale Welten, in denen sich die Figuren tummeln können. Spielerei für die einen, gewinnversprechende Zukunft für die anderen. Alle Experten sind der Meinung, dass 3D die 2D-Bildschirmoberfläche ablöst. Und interessant wird 3D letztendlich auch dann nur, wenn Kommunikation möglich ist in diesen 3D-Welten. Genau das wird seit rund vier Monaten in der virtuellen Gemeinschaft Colonies City erprobt. Die Stadt mit mittlerweile über 23.000 Einwohnern ist ein Experimentierfeld für die Blackson-Technologien. Jeder Einwohner kann sich einen Avatar aussuchen und dann mit den anderen Teilnehmern chatten. Natürlich steckt auch hinter dieser Gemeinschaft ein Geschäftsmodell. Die Bindungskraft von Colonies City soll die Siedlung zum idealen Ort für E-Shops und Werbung für Unternehmen verwandeln. Einige Firmen setzen Blacksons Avatare bereits als virtuelle Einkaufs- und Produktberater auf eigenen Websites ein. Dennoch haben die virtuellen Wesen einen Haken, sie sind speicher- und ladeintensiv. Ob die User das hinnehmen, wird über die Zukunft der 3D-Avatare und den Umsatz von Blacksons entscheiden. Ähnlich ist es in der Transportindustrie. Nur wer flexibel und schnell reagiert, kann auf dem heiß umkämpften Markt mithalten. Denn die Globalisierung der Märkte, die Verlagerung von Produktion, Montage und Versand, aber auch vermehrte Ansprüche an die Logistik haben zu Veränderungen in der gesamten Transportindustrie geführt. Die Umwandlung vom normalen Spediteur zum Logistikanbieter ist nicht einfach zu bewerkstelligen. Millionen müssen in Internetsysteme investiert werden. Was bisher fehlte, ist eine Plattform für alle Transportunternehmen. Der Weltfrachtverkehr nimmt unaufhaltsam zu. Aber noch stärker wächst der Wettbewerb und der enorme Preisdruck im Transportwesen. Mittelständische Verlader und Spediteure haben große Mühe, Kosten und zunehmende Konkurrenz in den Griff zu bekommen. Kostenbegrenzung durch automatisierte Versandbuchungen im Netz könnte Erleichterung versprechen. Wer im Internet auf Achse sein will, kann zukünftig ohne hohe Eigeninvestition eine offene Plattform für Buchungen und Versandabläufe nutzen und kann das Geld für ein eigenes Internetsystem einsparen. Wir ermöglichen die Vermittlung aller Versandwege über das Internet. Jedes Transportunternehmen, das sich bei uns einloggt, zahlt pro Buchung eine kleine Gebühr. Wir bieten mit einer Business-to-Business-Lösung eine offene Plattform über unsere Software. Die Abwicklung eines Buchungsvorganges im Transportwesen kostete bisher viel Zeit und Papier. Die digitale Versandabfragung im Internet verspricht bei nur 10 Buchungen pro Tag eine Einsparung von ca. 104 Arbeitsstunden im Monat. Käufer und Warenempfänger werden in den Datenfluss integriert. Der Vorteil, ein Großteil der einzugebenden Daten braucht in der gesamten Transportkette pro Ladegut nur einmal erbracht zu werden. Einmal eingeloggt und der Transport wird weltweit gebucht. Informationen über Transport, Dauer, Reise und Versandinstruktionen ganz einfach per Mausklick zu haben. Und wer wissen will, wo die gebuchte Fracht gerade im Stau steckt, wird dies zukünftig über eine automatische Versandabfragung erfahren können. Das Internet macht eben fast alles möglich und das soll jetzt noch einfacher werden. Eine Steckdose ist fast überall, insofern hat das Internet aus dem Stromnetz eine gute Voraussetzung, zum Massenmedium zu werden. In Karlsruhe und Berlin laufen bereits Versuche zu einem neuen Patent der Energieversorger, mit denen Netzverbindungen über die Telekom umgangen werden. Die Energieversorger werden sich ihrer Marktpräsenz bewusst und rücken die unscheinbare Steckdose ins Licht der neuen Medien. Noch sieht die Düne, die Datenübertragung über das 220 Volt Netz wie ein PC aus. Doch für die marktreife Version reicht ein Stecker, in dem hohes Potenzial für den Datenverkehr ohne die Telekom steckt. Wir sehen Chancen, uns erstmal vom Leistungssegment deutlich oberhalb ISDN anzusiedeln. Wir sehen die Möglichkeit, dass sehr viel mehr Haushalte mit Strom versorgt sind als mit Telekommunikationsnetzen, sodass mit einer Datenübertragung über Stromnetze bereits Infrastrukturen dann vorhanden sind, die sehr viel mehr Kunden erreichen können als andere klassische Telekommunikationsnetze es heute können. Allerdings darf die Last Mile im Stromnetz nicht länger als 100 Meter sein. Auf dieser Distanz ist es erstmals gelungen, Fremdeinstrahlungen oder Abstrahlungen der Datensignale zu vermeiden. Das Wesen unseres Systemkonzeptes, was eben auch Grundlage des Patentes ist, ist genau ein Verfahren, was zum einen mit diesen einstrahlenden Störern gut zurechtkommt und selber nicht als Störer auftritt. Von daher koexistiert dieses Verfahren mit anderen, die dieselben Frequenzen benutzen, sehr gut. Für die Stadt der Zukunft, zwei Jahre wird es noch dauern, bis das Projekt an den Start gehen kann, wird eine elektronische Steuerung sämtlicher Haushaltsgeräte vorhergesagt. Denn die bleiben ja am Stromnetz, in dem die Daten fließen. Was hier noch in weiter Ferne zu liegen scheint, ist auf anderen Gebieten bereits möglich. Das gesprochene Wort im Internet. Sprachsteuerungstechnologien revolutionieren bereits das World Wide Web. Sie würden damit die Handhabung wesentlich erleichtern. Ein Beispiel hierfür ist das Programm der New Yorker Firma Soliloquy. Die Suchmaschine von Soliloquy bietet sprachgesteuerten Frontend-Zugang zu Datenbanken und ermöglicht so einen Dialog zwischen Mensch und Maschine. I'm looking for an album by the Beatles. There are 44 albums by the Beatles. I'm looking for a song with the lyrics, Rocking Horse People Eat Marshmallow Pie. The song you are looking for is, Lucy in the Sky with Diamonds. It can be found on Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Do you want to hear the song? Yes. The use of speech can help you and can help consumers get to the point, die kann den Nutzern helfen, zu dem Punkt zu gelangen, wo sie auf effiziente Weise das finden, was sie im Internet suchen, ohne sich durch endlose Masken, Menüs und Formulare, die sie ausfüllen müssen, durchzukämpfen. Sie fragen einfach nach dem, was sie suchen und erhalten es dann auch. Von dieser Technologie profitieren langfristig nicht nur Suchmaschinen. Auch im E-Commerce können so in den Bereichen Dienstleistung und Kundenbetreuung neue Wege begangen werden. Content Stream, unser Schwerpunktthema heute, bezahlen im Internet der lange Weg zum sicheren Online-Einkaufsbummel. E-Shops schießen im Internet wie Pilze aus dem Boden und dem Handel über das World Wide Web werden goldene Zeiten vorausgesagt. Unter einer Bedingung, es muss für die User möglich sein, sicher und bequem online zu bezahlen. Digitale Zahlungssysteme gibt es mittlerweile viele, doch kein einziges hat sich wirklich durchgesetzt. Milliarden und Abermilliarden Dollar, Euro oder was auch immer sollen in den kommenden Jahren durch den Internethandel umgesetzt werden. Die virtuellen Geschäfte sind rund um die Uhr geöffnet, die potenziellen Konsumenten drängen zahlungswillig ins World Wide Web. Doch der Einkauf via Datennetze ist oft noch ein Abenteuer für Pioniere. Bequem und im Internetmusterland USA-weit verbreitet ist das Bezahlen per Kreditkarte, bei der man nur die Nummer und das Verfallsdatum des Plastikgeldes angeben muss. Doch das ist riskant. Der Shopbesitzer könnte ein Betrüger sein, der angebliche Kunde mit der Karte eines anderen bezahlen. Um das zu verhindern, hat man sich auf das Secure Electronic Transaction Verfahren, kurz SET, geeinigt. Das SET-Konzept basiert darauf, dass jeder Teilnehmer an dem System, das heißt sowohl Karteninhaber wie auch Händler, wie auch ein Prozessor wie die GZS, Zertifikate bei Transaktionen verwendet, mit denen die Teilnehmer identifiziert werden. Diese Zertifikate stammen von Trust Center. Durch Verschlüsselung wird außerdem sichergestellt, dass der Händler nur die Bestelldaten des Kunden, die Bank oder eine andere Zertifizierungsstelle nur die Angaben der Kreditkarte lesen kann. Dass SET sich mittelfristig durchsetzen wird, gilt als ausgemacht. Doch bis auf weiteres wird der Geldregen via SET ausbleiben. Die wenigsten Händler oder User besitzen ein Zertifikat, denn der Aufbau von Trust Centern geht gerade in Deutschland schleppend voran. Wer auf staatlich anerkannte Zertifikate verzichtet, dem bleibt noch die normale Verschlüsselung per Secure Socket Layer Verfahren. Kreditkarten im Internet lohnen sich aber nur, wenn der User teuer genug einkauft. Wirtschaftlich gesehen ist es natürlich schon so, dass eine Kreditkartentransaktion mit höheren Kosten im Prozess verbunden ist als spezielle auf Kleinbeträge ausgerichtete Zahlungsmittel. Von daher wird es eine Ergänzung zur Kreditkarte geben, auch im Internet. Und da sind Zahlungsmittel im Gespräch wie eCash, Cybercoins, Millicent. Die Deutsche Bank führt seit rund einem Jahr einen Pilotversuch mit eCash durch. Dieses virtuelle Geld wird vom Bankkonto des Users abgebucht und lagert dann verschlüsselt auf der Festplatte des Home-PCs. Soll eingekauft werden, erscheint eine elektronische Börse im Browser, die zuvor als Software vom User installiert wurde. Mit Hilfe der Börse wird die Bezahlung gesteuert. Die Datei, die eine eCash-Münze repräsentiert, sind entsprechende Sicherheitsmaßnahmen drin. Und in dem Fall hat die Deutsche Bank das elektronisch signiert und steht dafür ein, dass sie dieses Geld auch wieder einlösen wird. Und ich denke, dann ist relativ klar, wie ich damit bezahlen kann. Ich packe das Geld in eine E-Mail oder wie auch immer, transportiere es zu jemand anderem auf eine Diskette. Der löst das Geld bei der Bank ein und hat dann das Geld. Neben der Deutschen Bank experimentiert unter anderem die Dresdner Bank mit ähnlichem Geld namens Cybercoins. Beide Verfahren haben allerdings den Nachteil, dass man ein Konto bei den Banken haben muss, die mit ihrem Cybergeld natürlich neue Kunden an sich binden wollen. Doch Kritiker sehen noch andere Probleme. Wir sehen momentan leider, dass bestimmte Systeme sich nicht durchsetzen können aufgrund der Akzeptanz und auch aufgrund der Vertraulichkeit im Hinblick darauf, dass der Kunde letztendlich nicht genau weiß, was ist das eigentlich für ein Geld, was steht dahinter. Unsichtbares Geld auf der Festplatte ist doch noch recht ungewohnt. Dieses Problem soll mit der Geldkarte vermieden werden, von der in Deutschland bereits rund 45 Millionen für den alltäglichen Zahlungsverkehr im Umlauf sind. Man steckt es dann eben nicht mehr in das Gerät neben der Kasse, sondern man steckt es in einen speziellen Schlitz an seinem Home-PC und überträgt die vorbezahlten Beträge, die auf dem Chip gelagert sind, einfach über das Internet zum Händler, der seine Waren im Internet anbietet. Doch so einfach das klingt, für den alltäglichen Online-Einkaufsbummel per Geldkarte ist es noch zu früh. Denn Kartenlesegeräte am PC sind für den Zahlungsverkehr in Deutschland noch nicht genehmigt. Irgendwann im nächsten Jahr könnte es soweit sein und die Geldkarte auch im Internet zum Einsatz kommen. Welches Verfahren sich durchsetzt, werden deren Förderer in Bank und Wirtschaft und ein bisschen auch die User entscheiden. Eines ist aber klar, ist das Zahlen im Internet erstmal ein Kinderspiel, ist es vorbei mit den vielen kostenlosen Angeboten im World Wide Web. Ganz andere Probleme haben die Insassen von Gefängnissen. Die Abgeschlossenheit und die weltweite Informationsplattform des Internet könnten kaum gegensätzlicher sein. Aus der größten deutschen Justizvollzugsanstalt in Berlin-Tegel kommt die erste deutsche Gefängnis-Website. Von Insassen und der Akademie Schloss Solitude gemeinsam entwickelt, ging die Seite vor kurzem online und bringt den Gefängnisalltag sehr nah. Das Internetprojekt Planetegel nimmt selbst Netzbesucher gefangen. Auch wer sich nur ins Gefängnis einklickt, durchläuft eine genau geregelte Prozedur, in der sich innen und außen schnell polarisieren. Die streng gestaltete Oberfläche, vor der manche Firmenpräsentation erblasst, greift interneteigene Begriffe auf und transportiert sie ins Internetgefängnis. Wir stellten recht schnell fest, dass es zwei Bereiche sind, die gegensätzlicher kaum zu denken sind. Und sofort war auch der Reiz dort, dieses Projekt zu initiieren, mit Gefangenen in der JVA Tegel ein Internetprojekt auf die Beine zu stellen. Eine Gruppe von Insassen tritt über das Netz ans Licht der Öffentlichkeit, wirft in der sehr persönlichen Darstellung des Alltags aus dem Gefängnis Fragen auf, die Selbstverständlichkeiten aus dem Informationszeitalter schwinden lassen. Es geht darum, diese Welt nach außen einerseits sichtbar zu machen, andererseits den Gefangenen den Kontakt mit diesem Medium zu ermöglichen. Also wir wollen auch, dass die Gefangenen später ihre E-Mails selber abrufen, selber E-Mails schreiben, selber surfen dürfen. Das ist jetzt noch wegen Sicherheitsbedingungen nicht gestattet. So öffnet das Internet zwar das Tor ins Gefängnis, doch das Fenster nach außen bleibt für die Gefangenen verschlossen. Der Planet Tegel bleibt für dessen Bewohner einstweilen offline. Und das war es auch schon wieder für heute. Mehr Informationen zum Thema Internet und Telekommunikation gibt es in den Tomorrow Net News jeden Werktag in unserem Frühprogramm. Und natürlich auch im NTV-Text auf Tafel 715. Wir sehen uns hoffentlich bei Tomorrow, das Magazin am kommenden Wochenende wieder. Dann untersuchen wir die verschiedenen Wege zum Erfolg auf dem heiß umkämpften Multimedia-Markt von New York. Und wir stellen Ihnen vier junge Deutsche vor, die sich in Silicon Alley, der Multimedia-Meile des Big Apple, einen Namen gemacht haben. Wenn Sie uns in der Zwischenzeit erreichen wollen, können Sie das natürlich auch per E-Mail tun unter tomorrow-at-n-tv.de. Noch einmal tomorrow-at-n-tv.de. Ich wünsche Ihnen ein gutes Jahr 1999. Machen Sie es gut. Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Teldafax, Ihre faire Telefongesellschaft. thumbt Smart снятся.